Ja, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Devil May 4 Special Edition mit Lady. Wir sind in Mission 19, ihr wisst was das heißt. Ein Haufen Podeste, ein Haufen Gegner und viele Gewürfel. Nicht quatschen, machen. Ja, ja. So, jetzt darf ich mich wieder komplett ungewöhnen, ist ja klar. Dreck. Das ist so sau dämlich. Hätte man das Spiel mit dem anderen Charakter durchzocken müssen, aber gut. 1, 2, 3, 4. War das jetzt bloß eine 1? Das war eine 3? Wieso? Na klar. Oh Gott. Na schön. Na endlich, eine 1. Gut. 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 Das ist die coolste gegen die Rüstungen. Nehmen Nero. Nero ist auch nicht übel. So. Na gut. Oh ja. Ewiger Ladevorgang. 1, 2, 3, 4. 5, 1, 4, 2. Nein. Na gut. 2 ist in Ordnung. Oh Pogel. Yeah. Was habe ich denn jetzt erwischt? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade... Ich hoffe es war eine 3. Yes. Na gut. Ich habe gerade gesehen. Ich habe gerade gesehen. Verdammt. Warum? Na, komm, lady. Immer schöne Schuhe binden. Zeit, um zu arbeiten. 3, 5, 1, 4. So, meine kleine Viper. Also, die Pistolen sind echt der Wahnsinn. Nein. Oh, meine kleine Viper. 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 Schon wieder. Nein. Nein, ich bin noch drüber gesprungen. Jetzt komm endlich raus und kämpfe. Lass deine blöden Vibsen bei dir. Nervt langsam. Na endlich. Gott lief das beschissen. Das lief richtig dreckig. Also gegen St. Tutsch, das wird hier die Oberhölle für mich werden. Ohne Hütz. Ich hoffe bloß, dass wir den hinbekommen. Weil mit Lady gegen den, weiß nicht. Oh Gott, ich brauche eine 1, 2, 3, 4. Also gut. 1, 3, 5, 1, 4. Na dann. Gegen die Vipor. Dann noch Agnus und dann sind wir fertig. Ja genau. khl- Das war's für heute. Das war's für heute. Das hat sich jetzt gelohnt. Ich hab's sogar ohne einen Schaden zu kassieren, glaub ich. Also, die Viper ist, glaub ich, der einfachste Boss im ganzen Spiel. Grad wenn man Schusswaffen hat, dann ist's einfach. Mit Virgil war's jetzt nicht so. Aber mit Lady, Junge, mit Lady fixst du die Schurz weg. Das merkt die nicht mal. Dann ist die tot. Und warum hab ich ne Fliege in meinem Zimmer? Die irritiert mich gerade. 1, 2, 3, 4 oder 5? Dann nehmen wir noch die 5. So, Agnussus. Okay. 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 Whoa Zeit, um zu sterben. 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 Und damit war es das dann auch. Na schön. Wir sehen uns beim finalen Endkampf gegen Sanktus. Aber erst in der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich euch was. Reingehauen. Amen. Amen. Amen.